Wir sind jetzt hier am Stand von Activision und da gibt es eine Neuerung in Sachen Skylanders, ihr wisst von was ich spreche, nämlich die Superchargers. Da gibt es eine Innovation, nämlich hat Activision eine Kooperation mit Nintendo bekannt gegeben. Man kann quasi vor dem Spielen einstellen, ob es eine Amiibo oder eine Skylanders Figur sein soll. Außerdem gibt es ganz neu, diese Fahrzeuge hier, das ist eine Limited Edition, die es nur hier auf der Messe gibt, die könnt ihr gewinnen. Wenn ihr Bock habt, dann schreibt die in die Kommentare, warum ausgerechnet ihr diese Figur unbedingt haben wollt. Die Skylanders, Superchargers, kommen im Herbst raus, also haltet eure Augen offen, auch auf unseren Seiten, da gibt es alle Infos dazu. So packen Sie das Feuer ziehen, bis sie ja kommst hier auf alle kleinen мы. Da appears die Änderungen sind im Herbst transferiert. Von there aber kannst gut gehen gehen gehen, dann zum mushrooms und aber noch nachKelly Renkmarin das Felddist Surrey im Herbst. Vielen Dank.